hallo also geht doch finisher wolltest du aufstehen hey sag mal nein das geht schon wieder gut los egal dann kann ich bei der gelegenheit mal gucken warum Neo nicht dabei ist Gruppe ändern achso es können echt nur maximal zwei mitkommen was ist denn das für ein Scheiß wir wechseln mal wir machen mal die Faustkämpfe raus und ich mache auch ich nehme auch einen anderen Job also Faustkampf hat mich überhaupt nicht überzeugt ich glaube ich mache wieder Mager oder was hätten wir noch und dann aha das heißt ich könnte auch Gladiator jetzt üben mein Daniel würde ich mal ausprobieren so uhuhuhu nice das ist quasi also wie die Heldenkasse oder Vagabund eigentlich ich will ja ne warte mal warte mal warte mal ich will noch was gucken das wäre nur für Schwertkämpfer Mager okay und den Dulan den probier ich probier trotzdem alle Klassen mal aus mal schauen was mir denn am besten steht ich will ja auch eh gucken wie wir alle Advanced Jobs freischalten ist ja typisch Final Fantasy okay jetzt muss ich nur die Ausrüstung anpassen kannst du ein Schild du kannst ein Schild in die Hand nehmen ja das ist ja nice was ist das für ein Schild aus wie so ein Yu-Gi-Oh-Duell Ding von früher ah scheiße dann nehmen wir halt Sachen die Ritter verbessern schön wieder mit Maulkorb was war das für eine Robe ah für den Magier nice wieso ist das Ritter das sieht eher aus wie ein Magier den Rest kann ich so lassen achso Job haben wir irgendwas bekommen oh wir haben wieder Stubenaufstieg sehr schön Windleißen fängt den ein oder ob ich ihn blocken ja ich und blocken das wäre der Kriegsrei oder hier oh das ist cool erweiterte Komboangriffe so das ist alles Stufe 2 Stufe 3 habe ich jetzt nicht zur Verfügung ähm nein Schwertkämpfe habe ich doch irgendwie gemacht ah ich verstehe der hält die echt wie so ein Krüppel haha das Schwert na komm her was habe ich eben gemacht was war das für ein Move der ist schon mal netter hallo wieso hat so ein kleines zielliches oh shit haha alles geblockt hallo wo ist hier hin don't do it ich muss das nur mit dem Kontaner üben nicht nur mit dem Locken ja nice oh shit hallo ich hasse diese Viecher alter besonders wenn er diesen Move macht stop it oh shit Selbstbestimmung hä hä ich hätte beinahe was böses gesagt ne aber das lassen wir ich will mich doch nicht sperren ich muss echt öfter mit den Teambefehlen arbeiten ich hoffe das wird später abgegradet dass man mehr als nur 5 Heiltrinke haben können weil das wäre sonst ein kleines Problem da bin ich gleich gegnern hey wegen Elden Wing habe ich jetzt schon Paranoia wegen solchen Höhlen ne ah doch da bin ich auch gestorben guck so du warst das ne der mich eben davor gekillt hat komm runter mein Turn was ich echt so stressig finde ist dass der Cursor die ganze Zeit wechselt so geht das nice next one please scheiße hallo kannst du dich mal heilen jetzt habe ich weiteres noch nicht zur Verfügung ich bin vergiftet what missiv ich würde sagen Jack klappt gleich zusammen guck mal so nah war ich an dem Speicherpunkt okay was haben wir denn Feindes gekriegt Stufenaufstieg erstmal Gladiator zwei Punkte bin nicht hit okay und was könnten wir dann bekommen das sind achso das sind erstmal Kombos jo haben wir noch nicht hier zwei Stück machen wir auch erstmal Passivskill wieder hoch hier lang geht es wahrscheinlich weiter Piraten Joho klingt aus und eine Buddelfahrt rum hier findet trotzdem nicht das Wumpid he he ne scheiße warum sind hier menschliche Gegner was soll das warte von da bin ich gekommen ne ja warte warte hu hallo übertreib mal nice so muss das du scheiße wie viele sind denn hier von denen Vorsicht haben sie noch gesehen aber beinah Joho Joho sag mal wann ist denn dein Media gebrochen und geht da so tolle Seite das kenne ich auch ne muss ich mich verarschen geht doch ah Secrets doch nicht ich glaube da geht es auch gleich weiter aber ich kann hier einfach umrennen what the fuck hu hallo scheiße heil ich mal heil ich mal das war doch nice irgendwie hätte ich gedacht dass bei einem Gladiator die Waffe länger ist ne also beide Waffen ha 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 gut gut so we did so scheiße flay demos you're the bad out of hell come at übertreibt die mal nice hab ich eben den Gegner gepackt und gebrochen ich glaube ich gehe trotzdem wieder auf Magier zurück viel mir besser na das finde ich auch ich würde da auch nicht das ist eigentlich voll unwirtschaftlich in so einer Tropfsteinhöhle zu stecken ich will es auszusuchen klingensprung nice und erhöht die Gladiator Affinity das muss sein komm ernervt mich doch mal mit dem Faustkämpfer ich spiele gerade gar nicht Faustkämpfer höre ich nicht achso ich habe achso ich habe nur Gladiatoren Aufstieg gehabt okay ich verstehe ich verstehe ruhigen sie sich haben wir schon besseres Schwert ja natürlich achso ich verstehe okay dann bleiben wir lieber bei dem Schwert weil die Affinität erhöht wird noch hier lassen wir das alles aber 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 abfangen können wir jetzt machen hä so und da klingensprung nice hier mal abfangen und dann das andere ist der Wunnenhof ne okay gut warum warum sieht das wie aus was der hell als ob gleich Bosskampf oder sowas auf mich zukommt und hier war da auch noch ne die ist verschlossen ah ich verstehe die wollen also dass ich hier lang gehe super oh 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 nicht konnte warum hast du denn den Fokus auf den anderen willst du mich verarschen komm doch mal da raus Achtung was denn äh scheiße scheiße hallo alter was das für ein Vieh fuck 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 oh nein Alter wie viel oh Brote sind die gefährlichen Sachen ja toll okay ich wechsel mal wieder zum Schwertkämpfer der ist ja schlimm jetzt ausweichen wieder das ist eigentlich ich wollte es ja auch schwerspielen ne das hätte man blocken können hätte wenn man nicht gerne können wie heiß würde boom boom und ah weg äh der zweite ist raus ach du scheiße ich kümmere mich um den hier ah ne das ist nur ein Wolf doch der zweite ist raus gell aber das zweite ist nur ein Wolf warum ist denn er warum habt ihr denn das andere geöffnet jetzt macht er das schon doppelt willst du mich verarschen danke ne scheiß Wölfe alter ja don't do it eigentlich müsste ich meine leutchen dem zum Fraß vorwerfen wow oh ey gehst du jetzt mal down ja toll dass ich jetzt den tipp für die schwächen krieg und benjetui viele Zeiten hier jetzt hinterher gesagt du hast ein Pilat hör mal auf Jet so ein Honk alter äh 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 äh